Ich heiße Maximilian Polz, bin 18 Jahre alt, komme aus Lankern und bin zur Zeit in der Bankstelle Dingengen eingesetzt. Definitiv Pizza. Ich glaube, ich würde die ganze Welt bereisen ohne irgendwas dafür zu bezahlen. Eminem. Ich gehe immer noch auf Schalke. Ich hoffe, das werde ich noch mal erleben. Eher den Grillabend mit Kumpels. Ganz viel Käse drauf. Dann eher Audi. Ja, wir haben zu Hause eine Hündin, die heißt Emmi. Egal, Hauptsache Alessio geht gut. Die komplette Mannschaft von Schalke. Hier auf jeden Fall. Irgendwo auf jeden Fall. Und nachsegradung. Einfach mal was.